Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einer neuen Runde mit dem Gulasch Squad. Das Gulasch ist heute wieder ordentlich drin im Topf und heute sind wir die Avengers. Wir haben Captain Hanno, also aus Amerika mit dabei, Captain Iron Man, das ist der Papu. Hi, gestärzig, ich bin Thor, Max startet die Mission, Abfahrt. Nur kurz für den Ablauf, zerstören wir unsere Caps jetzt oder ingame? Achso, Moment. Also meine Captain ist schon richtig rum. Machen wir jetzt. Kalle, nur für den organisatorischen Ablauf wollen wir zum pazifischen Nordwesten, zu Utah Badlands oder zur Ostküste. Utah, oder? Gerne. Rein. Rein ins Shuttle. Rein. Ich bin Hanno. Oh jetzt geht's los. Oh ich verprügel alle. Lass den Boxen. Verprügel den. Was ist das hier, Money? Wie heißen diese Tränke von Fortnite? Kackchack. Kackchack. Alter, die Kackchacks. Hier ist ein Einsatztisch. Ja, such mal einen Einsatz aus. Warte, was? Hä, okay, wie starte ich eine Mission? Wir haben einfach die Location gewechselt, kann das sein? Warum gibt es verschiedene Location? Ja, Einsatzorte, Bruder. Einsatzorte. Hier ist eine Frau im Rollstuhl. Okay. Äh, okay. Geil, im Netz der Spinne. Achso, es gibt überall Missions. Naja, es gibt vier Regionen und in jeder Region gibt es einen Einsatztisch mit Mission. Sch, 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 ich bin Storian. Warum fühle ich mich ausgeschlossen? Halt dein Maul. Du ein Wichser bist. Alter, können die aufhören zu labern? Ich will Adventure spielen. Ich will endlich zocken. Seit einer Stunde bin ich in diesem Game. Halt's wohl. Mission beginnt in einer Minute. Ne, vier Sekunden. Zwei. Eins. Gulasch. Wir sind wieder im Flugzeug. Wenn ich jetzt gleich einen scheiß Einsatztisch sehe, dann raste ich aus. Die Mission ist, von Einsatztisch zu Einsatztisch zu laufen. Mann, das ist ja lustig. Wir mussten alle ein Tutorial spielen. Das hat eine halbe Stunde gedauert. Wir mussten es erst mal finden. Max war glücklicherweise derjenige, der Gehirn hat von uns. Max, kannst du ruhig mal nicken jetzt an der Stelle. Ja, danke. Ich will einfach nur Unreal Tournament spielen. Ich bin irgendwo im Schlachtfeld. Wir steigen aus dem Flugzeug aus und gleich gibt es aufs Maul. Aber wen geht's? Warum bin ich die Frau? Hä, ich denke, du bist Captain America. Hulk böse. Alter, Bruder. Alter, ich kann mit meinem Hammer werfen. Aber ich habe einen Knackpo. Hulk böse. Ich bin unsichtbar. Hä, warum seid ihr unsichtbar? Habe ich aktiviert, ich bin Ninja. Ich bin sauer. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Oh, lol. What? What? Hulk, Hulk, Blöse. Das ist ein Jiggy Jagger, Joko Jackson, Junge. Okay, hier sind Gegner. Ey, kann mich bitte jemand Huckepack nehmen und rüberklettern? Wie soll ich da rüberkommen? Kurze, kurze Handlung. Ich habe ein Seil. Halt, stopp. Walle hat die Leute weg. Ich habe die Schnauze voll. Oh, hier kommen viele Leute. Ich brauche Hilfe. Hulk Hunger. Alter. Wir müssen hier in den Kreis, Freunde. Hulk sauer. Prügel von denen. Oh, das ist... Ah, ah, ah. Hallo. Was ist passiert? Hallo. Was ist passiert? Das macht so richtig Bon, wenn ich so einen weghau, Alter. Bing, 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 bong. Ohne Witz, sie kann gar nichts. Nichts kann sie. Okay, okay. Alter, das ist catching. Oh mein... Okay. Boom. Okay, ich habe mich gehört. Bong, 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 bong. Guck mal, hier sind noch überall Robos. Oh mein Gott, werden die verprügelt. Oh mein Gott. Yo, hier ist ein Big Robo Jackson. Oh. Yo. Hulk ist down. Hulk ist tot. Wir haben keinen Hulk. Wo ist denn der Lebensbalken? Thor ist verboten gegangen. Thor ist auch down. Oh Gott, ein Riesenroboter. Okay, was ist jetzt? Cutscene oder so? Mischen gescheitert. Ja, das war eine weitere Folge. Hä, brother? Warum ist das Spiel so geil? Warum ist das Spiel so geil? Wo sind wir jetzt wieder? Achso. Ich bin jetzt hier rüber, Alter. Mach die alle alleine fertig. Hulk Hunger. Ach, wir müssen vor AIM hier fertig sein. AIM hat auch ein Prozent-Dinger. Unter der... Oh, links da. Wird's angezeigt. Wir haben jetzt 12 Prozent. AIM hat null. Wenn die 100 haben und wir null, sind wir am AIS. So, ich geh jetzt nochmal in den Himmel. Und jetzt komm ich runter. Oh mein Gott. Du hast trainiert, oder? Ja, ja. Wallah. Show den Beats, äh. Und jetzt werd ich super... Alter, jetzt jetzt! Alter, jetzt! Bam! BAM! Du hast einen Messer! Oh, Home Run! Ich schieße mich nicht zu wollen. Hulk böse! Alter, Hulk gegen Auto. Hulk gegen Auto. Ich geh in den Himmel! Der wird jetzt verkloppt. Ja! Ich geh in den Himmel! 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 Oh mein Gott! Also wenn die einen Stock in der Hand hat! Junge, zerlegt der die Leute! Alter, was passiert hier? Ich drück einfach irgendwelche Taschen. Das ist wie Tekken. Oh, mit dem Hin- und Rückweg weggeballert! Boom! Fuck! Jetzt riech auf die Fresse! Alter, ich hab so coole Charaktere! Und mein Charaktere ist so shit! Ich hab Beton! Ich hab Beton! Preuß, Einsatzziel! Zum nächsten Ziel vorrücken! Den Aufzug benutzen! Ich weiß nicht, ob Thor vielleicht... Nee, warte mal. Hulk hier die Gewichtsbeschränkungen überschreitet. Guck mal, wie Thor da fliegt! Wie so ein Besen, Alter! Alter, der Nimbus dreht aus! Hulk hat Metall! Alter! Wie du immer diesen Metall-Bronken mitschleppst! Vor allem... Mit den Stahlträgern drin! Wie, wir kommen jetzt an den Einsatztisch, dann rastisch! Meint ihr, Hulk hat dicke Eier? Hör auf! Ey, Hulk hat wahrscheinlich die Monster-Klöten des Todes, Alter! Die ist schon da! Oha, das ist rot! Oha, ich will... Oha, Alter! Brother! From another mother! Thor ist so geil! Ich liebe ihn! Wir sollten jetzt wirklich gehen! Wir sind überall Aim-Truppen! Alter, was hat denn Aim für ein Problem mit uns? Ich weiß auch nicht, guck mal, wie geil wir sind! Ich flieg noch rüber! Ich hab hier zwei krasse Typen! Attacke! Boom! Schönes Ding, Thor! Hulk zufrieden! Jungs, ganz kurze Frage. Können wir mal eben meinen Hammer suchen? Ich hab ihn verloren. Wenn ihn jemanden sieht... Wo ist mein Hammer? Oh, der ist zu mir zurückgekommen! Alles klar! Wir verschwinden jetzt von hier! Wir verschwinden! Jo! Äh... Furzen! Alles im Arsch! Oh, jetzt wieder eine halbe Stunde Zug, Bus fahren, Auto... Oh, ich will jetzt... Auf der Meppen! Hulk hat Metall! Darf ich jetzt gleich mal eine Ult machen und ihr guckt halt dazu, wie cool die ist? Aber einen Knack-Ass hab ich! Einen Knack-Ass hat Hulk auch! Aber weiß ich nicht! Hulk auch Knack-Ass! Warte, jetzt... Jetzt wird er verprügelt! Zack, Zack! Hier, komm ich nochmal von oben! Ich dachte, ihr wollt meine Ult angucken! Wie damage du auf einmal gemacht hast! Cool, ne? Das hat dann richtig gesheppert in der Richtung! Das hat ein Laserschwert! Bist du ein Sith-Lord oder ein Jedi-Lord? Du lockst euch xtronchen! 임-Truppen sind hier! Aim-Truppen sind hier! So! So,�ule! Uhh... motivate Dich11ome! Uúúúúúúúúúúúúúúúú! Mozart! Und jetzt geht's los! H Nakulج! Hulk, другой Zack! Alter ist das eu meggeflogen! Hinterher! Alter, einfach aus der Welt ge-bitch-schleppt, Junge. Ge-bitch-schleppt. Hier ist noch einer, irgendwo im Untergrund. Hä? Der ist im Boden. Boah, Alter, die schreit richtig. Ich glaube, ich habe eine Frau verprügelt. Boah, Alter, der kriegt so aufs Maul. Das ist doch nice! Held Zerstören! Bist du tot? Ob du tot bist? Alter, komm doch, komm doch! Alter, hast du mich gerade angegriffen, du dumme Sau? Wollt sich wegteleportieren, aber ich hab dich ge- Habt ihr gesehen, wie ich ihn zusammengeschlagen hab? Ich will nicht... Hysterion! Mission abgeschlossen! Ich will Captain Shimerica spielen. Sollen wir hier Schluss machen, oder? Sollen wir jetzt hier Schluss machen, oder? Ich war gerade richtig im Modus. Sollen wir jetzt Schluss machen? Jo, es gibt einen richtig krassen Skilltree und so, Bruder. Das Game ist schon geil, ne? Es macht echt Bock, finde ich. Es macht Bock, aber der Weg dahin ist Schmock. Woo! Damn! How it feels like a Gangster. Damn, it feels good to be a Gangster. Alter, Hike sieht so fettig aus wie nach nem Wochenende, Alter. So, und jetzt will ich Mütter auch machen. Das kann nicht sein, dass nur ihr Spaß habt. Mach was. Wow! Wow! Kannst du noch was Cooleres? Ja, warte. Da kommen sie! Alter! Okay, komm! Hier bin ich! Zurück jetzt! Boomerang! Alter! Mach's schön! Okay, dann lass Leute bumsen! Frisbee! Du kriegst auf die Rette, Alter, ja? So, wir werfen... Luke ist auch dabei. Tja, wie er geschrien hat! Ja, ich fühl's halt im Gegensatz zu euch! Alter, die sind aber auch tanky, Mann! Ich bin Hulk, das sind die Maschine! Ich bin down! Warum bist du 150 Meter weit weg?! Ja, weil ihr ihn nicht mehr gefunden habt! Alter, Papo! In jedem Spiel, was wir spielen, bist du immer woanders! Ja, weil ihr immer weglauft von mir! Während ich noch fein bin! Ist ja nicht so, dass wir eine Mission haben, wo alle hin sollen! Wo auch alle anderen waren! Ja! Eigentlich hätte er verdient zu sterben! Da oben das Ding! Oben die Drohnen! Ja, die Drohnen! Nee, der starb, oder nicht? In der Mitte? Nein, die Drohnen, die Drohnen! Ja, die Drohnen kann man damagen! Ah! Boah! Der ist... Alter! Alter! Sterzig! Alter! Er hat ihn verprügelt! Der lebt noch! Der lebt noch! Treten! Alter, mach ihn endlich tot! Sterzig ist auch gekauft! Ah! Bei mir ist es so richtig aus dem Bild geflogen! Wuh! Ausgezeigt! Endlich! Alter! Endlich! Seid ihr Brothers from meiner Mothers! Ja, ich bin auch ne Nutte! Du wirst von einer mehrstufigen Aus... Öh! Halk! Wie du hier durch die Gegend... Öh! Willst du das kaputt machen oder beschützt? Beschützen irgendwie! Also die Dinger fernhalten! Hat sie gerade gesagt! Los, Javis, fang an! Boom! Home Run! Los, Javis! Alter, wie denkst! Hame! Hame! HAAA! Ja, bin ich dabei! Ah! Boah, Alter! Alter, den hat so den... Hast du das gesehen? Ich hab einen so ins nächste Land geprügelt! Hast du den da? Kalle? Ja! Boah, schade! Boah! Alter! Wie die immer wegfliegen, das ist so nice! Schau! Oh! Puh! Nice! Was kommt jetzt? Avengers! Bruder! Spandau! Gemeinsam unbesiegbar! Unbesiegbar sind wir gemeinsam! Heihe! Gemeinsam unbesiegbar! Ja! 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 Bis dann! Hier, beim nächsten Mal! Tschüss! Schau! Tschüss! Böken! Für dich!